So, ist besser. Wie geht's? Habt ihr schon gedacht, wir wollen Videos fahren neu, ne? Na, ich geh mal hier raus. Schönen Wetter. Oh, scheiße. Hoffentlich komm ich jetzt wieder rein. Ja, was mach ich jetzt eigentlich hier draußen? Hallo! Ich drehe ein Video. Ich muss gerade erklären, warum wir sozusagen keine Videos gemacht haben. Ja, und muss äh... Au! Fuck! Wo geh ich jetzt eigentlich hin? Äh, geh ich mal wieder zurück. Ach guck mal, ein Auto. Ein rotes Auto. Also, ja, geh ich mal hier rum. Ganz komisch, seid ihr. Hier, 80 Millionen Grad im Schatten. Und was macht ihr jetzt vor YouTube? Die Wand mit Sacksoße, Wichs, Baumsahne mit Wind und Blumen drauf sind lecker wie der Sack ohne Bäumenadeln. Die Steine mit der Soße oben drauf schmeckt wie Käse mit Bananensack. Äh, Sack und Bäume, Blätter. Ich rede vom Himmel. Ja, das Auto ist rund wie ein Steinfurz, der gerade den Weg hinauf läuft mit ziemlich viel Kilos oben auf den Rippen drauf. So viel haben sie lange noch nicht gesehen, die Leute mit den Politikern und ich weiß auch nicht. Fenster mit Wischwasch und Auto. Oh blau, das geht gar nicht. Äh, Steine mit Wasser. Äh, Zange. Eisen-Millionenchen drauf. Das ist Geld, viel Geld und ich sag mal so Kappe. Ja, sowas hättet ihr machen können. Aber was macht ihr? Ihr hockt dann irgendwie verkackt vor eurem scheiß Rechner und guckt euch irgendwelche YouTube-Videos an. Wahrscheinlich noch irgendwie, ja, hier, irgendwelche Katzen, die irgendwas lustiges machen oder so. Oh Mann, ey, seid ihr echt verkackt, ey. Weißt du, ihr kommt mir so vor wie Leute, die hier sinnlos durch die Gegend laufen mit einer Kamera in der Hand und sich selbst filmen und sagen, Scheiße labern. So welche seid ihr bestimmt. So verkackte. Ja, so ganz krass verkackte. Ich glaube, ich bleib mal hier. Hier ist das Licht, glaube ich, ganz gut. Ja, hier ist das Licht gut. Wichser, ey. Stalker. Alles hier Schüler-Foz-Junkies. Und ihr wollt wissen, warum wir keine Videos gemacht haben. Ja, dann erzähl ich euch das jetzt mal. Der erste Grund war... Ja, das ist so, ne. Das muss auch mal sein zwischendurch. Na, die Kamera richtig halten hier. Ja, so auf halt die Fresse halten, so. Damit man mich noch besser sehen kann. Hallo, ich bin der Alexander. Ich mach gerne Videos. Ich erzähl euch jetzt von meinem Leben. Ich steh hier draußen und... Ne, jetzt mal ehrlich, was macht ihr so? Hm? Nix? Gammel! Habt ihr schon das neue Pumped-Video geguckt? Ja, ich hoffe, ne. Wenn nicht, seid ihr ziemlich doofe Idioten. Weil es ist nämlich ziemlich cool. Echt mal. Wer Pumped nicht kennt, der ist so... Wer kennt Michael Jackson nicht? Ja. Michael Jackson kommt übrigens auf Tour. Hier im September. Äh, glaub ich. Stand doch in den Medien. Letztes Jahr. Oder? War da irgendwas mit dem? Ja. Er ist ein cooler Typ. Ich freu mich, den mal wieder zu sehen im Fernsehen. Ja. Naja. Ist halt so, ne. Es sind halt die Promis. Die will man zwischendurch mal sehen. Aber Michael Jackson halt ganz besonders, ne. Boah, ey. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn der mal weg ist. Ohne Spaß. Wenn ich den nicht mehr sehen darf im Fernsehen. Wie der so... Au! Und so... Als er so rumtanzt und so. Mit so coolen Hüten. Da wüsste ich echt nicht mehr, was ich da machen sollte. Ich glaub, ich würde mich dann umbringen. Wenn der tot ist... Boah, ich würde mich umbringen. Ohne Spaß. Ne, ne. Echt. Würde ich echt machen. Ich würde ihn so vermissen. Das könnte ich nicht aushalten. Tja. Ja. Guckt mal, wie schön es ist. Ja, genug. Jetzt wieder zu mir. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ne. Videos drehen... Videos drehen bei dem Wetter ist ungefähr wie... Was weiß ich... Bergbau in der Hölle. Oder so. Ja. Oder keine Ahnung. Schwarz, jüdisch und schwul bei Hitler sein. Geht auch nicht. Kannst auch nicht machen, wirst direkt abgeknallt. So ähnlich war das auch bei uns, ne. Hier, das würde ungefähr so verlaufen. Ihr Sprechgant dreht neue Videos. Aber es ist zu heilig. Ne, aber... Was die Videos betrifft... Da wird sicherlich was kommen. Ne. Kommt ja immer. Genau wie beim... Wie bei der Bahn. Irgendwann kommt immer was. Ne. Oder bei Impotenten. Ne. Okay, das war's jetzt mal. Ja. Und... Ich würde sagen... Man sieht sich. Demnächst. Ihr verkackten Drecksäcke. Mann, ey. Wie schon vorbei? Uuh. Ja, haaaaaaah. Uuh. He. Ja, haaaaaaah. Wie schon vorbei? Bis zum nächsten Mal.